Hey yo, herzlich willkommen zu ein paar News, Star Citizen Live und Inside Star Citizen. Heute mal umgekehrt, normalerweise mache ich ja zuerst Inside Star Citizen und danach Star Citizen Live. Aber Star Citizen Live war wirklich wow, sehr sehr viel. Ich lasse das mal hier im Hintergrund ein bisschen mitlaufen. Man sieht nicht viel, außer die quatschenden Köpfe letztendlich, genau wie ihr mich gerade seht. Und ich quatsche auch nur darum. Es ging wirklich schon mal eine Menge. Scanning, das Breaching, also in Schiffe einbrechen, das Schadensmodell. Dann in Inside Star Citizen ging es um Höhleneingänge und vor allen Dingen um Mining Subcomponents. Also richtig spannende Sache. Ich fasse erstmal kurz zusammen. Ja, ein bisschen chronologisch gehe ich quasi durch Star Citizen Live durch. Erstmal, erster Punkt, Damage Model, Schadensmodell und Penetration, Rüstungswerte für Schiffe und sowas. Aktuell haben wir einfach nur eine bestimmte Anzahl an einem Schiff oder an bestimmten Teilen vom Schiff. Dieser Flügel hat so und so viele Lebenspunkte. Und wenn so und so viele Lebenspunkte von dem wechseln, bricht er ab. Oder wenn so und so viele Lebenspunkte von dem Kern des Schiffes wechseln, dann explodiert das Schiff. Das ist momentan so und das ist ein relativ simples System. CRG möchte natürlich irgendwann Rüstungswerte implementieren. Und wirklich, dass durch diese Rüstung penetriert werden muss. Dass dann die dahinterliegenden Komponenten teilweise beschädigt werden. Auf jeden Fall eine interessante Sache, wie sie das erreichen wollen. Und zwar, indem sie jedem Material, das im Börse ist, wirklich jedem Material, einen bestimmten Wert oder viele verschiedene bestimmte Werte geben wollen. Zum Beispiel Aluminium. Also, wenn Aluminium in dieser Dicke vorhanden ist, welche physikalischen Eigenschaften hat es damit? Welcher Waffe kommt man da durch? Wie viel Hitze kann es widerstehen? Und so weiter und so fort. Und jedes dieser Materialien wird quasi damit automatisch und prozedural, wenn man so möchte, die Rüstung von Schiffen oder von Gegenständen ausmachen. Und das ist eine wirklich interessante Herangehensweise, die Chris auch unbedingt so möchte. Also, Chris möchte, dass das so ist. Und das Lustige ist dann dabei, dass, und das sagen sie auch so, die Art, die Artabteilung von CRG, die tatsächlichen Werte des Schiffes mitbestimmt, indem sie bestimmte Materialien verwenden. Das bedeutet, wenn eure Cutlist aus sehr günstigen, schlechten Materialien ist und sehr dünnen Materialien und so weiter und so fort, und das wird ja vom Art-Team gemacht, soll das automatisch, also soll der Look des Schiffes auch automatisch sich in den Werten widerspiegeln. Es gibt allerdings auch viele Materialien in Star Citizen, die wirklich ingame mit der Lore erschaffen werden, also die es im realen Leben nicht gibt. Das bedeutet, da können sie vielleicht sagen, nee, nee, das sieht vielleicht aus wie Metall, aber das ist tatsächlich das. Und so können sie sich dann vielleicht auch ein bisschen drum rummogeln, dass sie jedes Schiff nochmal komplett reworken, indem sie einfach sagen, nee, das ist aus so einem Material. Das sieht zwar aus wie das, aber, ja. Aber vielleicht müssen sie da auf jeden Fall nochmal ran und eine ganze Menge an den Schiffen ändern, die ganzen Materialien updaten. Wobei das hoffentlich einfach geht, indem sie einfach in ihrer Datenbank dann noch Werte hinzufügen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist das wirklich ein cooler Ansatz, finde ich. Ist natürlich schwer, dass sie jetzt die ganzen Assets im Zweifelsfall nochmal im Nachhinein ändern müssen und das wird Balancing-technisch die Hölle. Jeder, der schon mal irgendwie was peripher mit Game Balancing gemacht hat, irgendwie schon mal nur ein ganz kleines Spiel, vor allen Dingen ein ganz kleines Multiplayerspiel oder sowas entwickelt hat, oder einfach bei der Entwicklung dabei war, aktiv, wie wir es jetzt hier bei Star Citizen sind, der weiß vermutlich aus Erfahrung, dass Balancing mit einer der schwersten Aufgaben ist, so dass es immer noch Spaß macht und immer noch Unterschiede gibt und so weiter. Und hier ist dann ja nicht nur eine Sache zu balancen, wie viel Rüstung, wie viel Waffen-Output hat das Schiff, sondern wo hat das Schiff welche Materialien, welche Komponenten liegen. Balancing-technisch könnte das ein Albtraum werden. Ich hoffe, dass CIG das gut hinbekommt. Ja, aber ich finde den Ansatz cool, dass man dann wirklich sieht, von außen sofort auf den ersten Blick, wo sind die potenziellen Schwachstellen eines Schiffes, wo, was für Materialien hat das Schiff, wie viel könnte es aushalten. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, wenn es erst einmal im Spiel ist und halbwegs zumindest geballert, sehr, sehr viel Spaß und Freude bringen, weil man dann wirklich bestimmte Schiffe sehr gut kennen muss, um einen Vorteil im Kampf für sich rauszuschlagen. Das finde ich einfach eine sehr interessante Mechanik. Und übrigens, da unten steht es, aber ich sage es nochmal, das ist das Vehicle-Tech-Team, das hier spricht. Das bedeutet, die Leute, die die Technologie an die Content-Teams weitergeben und diese Content-Teams bauen dann quasi basierend auf dieser Technologie den tatsächlichen Content, den wir dann ingame haben und dann gibt es danach und darauf folgend noch die Experience-Teams, wie zum Beispiel das Vehicle-Experience-Team, das die ganzen Sachen dann balanced und überprüft und guckt, was wir noch brauchen und so weiter und so fort. Also das sind so die drei gröbsten Schritte jetzt erstmal, da gibt es noch viele Teams drumherum, die Design machen, Art und so weiter. Aber ja, Tech-Content-Experience finde ich auch mal so interessant. Das sind quasi die Leute, die die unterliegenden Tools bauen, damit dann sowas wie Schadensmodelle ins Spiel kommen können durch das Content-Team und dann gebalanced werden und geprüft werden und vielleicht auch teilweise mit eingeführt werden durch das Experience-Team. Also schön nochmal diese Aufgliederung hier zu haben, das haben sie so schön hier nochmal aufgebröselt. Deswegen wollte ich das auch nochmal schnell für euch machen. Und was ich auch interessant finde als kleine Randnotiz, ist, dass sowas wie Impact auch, also der Aufschlag auch mehr ausmachen soll als ein Schadenswert. Das bedeutet, wenn ihr mit einer Waffe, die sehr schwach ist, eine halbe Stunde lang auf den Flügel schießt, dann sieht er vielleicht trotzdem demoliert aus, aber er bricht nicht ab. Wenn ihr aber mit einer starken Waffe, also mit einer Waffe, die eine sehr hohe Schlagkraft hat oder ihr fliegt gegen einen Stein oder irgendwas, ihr also einen hohen Impact erzeugt, einen hohen Aufschlag, einen starken Aufschlag, dann bricht der Flügel ab, auch wenn er theoretisch noch Leben hätte, also noch schadenswert oder eigentlich noch nicht zerstört ist. Also das finde ich auch eine gute Sache. Zu oft, keine Ahnung, ist es mir zumindest in der Vergangenheit auch so gegangen, dass ich irgendwo an Felsen angeeckt bin und entweder ist gar nichts passiert, ich habe mich gefragt, hä, ich bin doch gerade mit Vollkaracho mit dem Flügel an den Felsen oder das ganze Schiff explodiert. Und ich spreche hier nicht nur von unsichtbaren Felsen, man fliegt nah über einen Planeten drüber oder durch einen Asteroidenfeld und auf einmal explodiert man und fragt sich, hä, also wie ist das denn jetzt passiert? Naja, danach ging es weiter um Buttons, also physikalisierte Buttons wirklich in den Cockpits, die verschiedene Funktionen erfüllen, grundsätzlich kein neues Konzept, vor allem die Gladius hat schon eine Menge Buttons im Cockpit, die auch wirklich schon mit Leuchten und so weiter versehen sind. Ähm, ich glaube am auffälligsten, wenn ihr mal in der Gladius sitzt, ist aktuell der Quantum Travel Schatten, äh, Schatten, Schalter. Äh, den macht ihr an, dann spult der, das hat ein Licht, wenn er ready ist, wechselt der auf ein anderes Licht und dann klappt das sich wieder zu, wenn ihr gesprungen seid, ähm, nach dem Sprung quasi. Und so diese Art von Buttons soll es für jede einzelne Funktion im Schiff geben. Für jede einzelne. Also, wir wissen noch nicht, ob das auch wirklich so sein wird, ähm, aber erst mal ist das, das wäre das größte Ziel, so Hauptfunktionen sind natürlich erst mal, äh, der Fokus und die müssen einmal gut platziert sein und das bedeutet, jedes Cockpit muss letztendlich nochmal überarbeitet werden, wo das noch nicht zufälligerweise, äh, die optimale Platzierung hat. Äh, es muss funktional sein, also es muss auch wirklich die Funktion erfüllen, was draufsteht und, äh, sie wollen mit Lichtindikatoren da sehr viel arbeiten, was ein gutes Konzept ist. Ja, dass man einfach sieht, okay, das ist an, das ist aus, das lädt, was auch immer. Ähm, also das zu Buttons und die werden dann eben retroaktiv zu allen Schiffen hinzugefügt. Erstmal meistens alles in der Gladius getestet, das bedeutet, wenn ihr eine Gladius habt, dann seid ihr eigentlich immer auf dem neuesten Stand, in der Regel, was die ganzen, was die Zukunft der Schiffe angeht. Ähm, da ist auf jeden Fall oft, ja, die meiste, die meiste Balancing-Arbeit ist in die Gladius geflossen, die meiste, äh, Rework-Sachen, also die Gladius hat sehr, sehr viele Updates im Laufe der Jahre immer wieder bekommen und bekommt meistens Features mit als erstes, neue Schiffsfeatures zumindest. Dann Breaching. Breaching gibt es ja zum Teil sogar schon aktuell, ja, manche, und das sagen sie auch so, das ist nicht konsistent über alle Schiffe, sondern bei manchen Schiffen ist es so, man schießt die Türen quasi kaputt und man sieht den Schaden, bei anderen sieht man den nicht, bei manchen öffnen sich die Türen, wenn sie Schaden bekommen, bei manchen nicht. Letztendlich wird es bei Breaching ein ähnliches Schaden, oder Breaching wird sich desselben Schadensmodells bedienen, von dem ich am Anfang schon gesprochen hatte. Also wird Breaching auch dann ausgelöst, indem man Schaden an dem, an der Tür macht, gegebenenfalls sogar an bestimmten Komponenten der Tür, aber erstmal gehen wir davon aus, dass es einfach die Tür ist und dass man, und das ist auch der Materialwert quasi der Tür dann, woraus die Tür ist, bestimmt, wie schnell so eine Tür dann im Zweifelsfall aufgeht und kaputt gesprengt wird. Aktuell gibt es noch kein wirkliches Breaching, auch weil es noch keine Dekompression gibt von Interieurs. Das Room-System, viele von euch kennen es vielleicht, ich erkläre es trotzdem nochmal kurz zusammen, das Room-System sorgt dafür, dass in einem Raum Luft ist oder in einem Raum keine Luft, oder eine andere Zusammensetzung an Gasen, oder keinen Gasen. Und in unseren Raumschiffen ist es so, wir haben da atembare Luft, immer. Das bedeutet aber nicht, dass das Room-System nicht schon im Spiel ist, das dafür sorgt, dass diese Räume mit der Außenwelt interagieren. Aktuell ist es einfach nur so, dass die quasi in sich abgeschlossen sind. Und man kann Türen öffnen, wie man will, es wird keine Verbindung zur Außenseite hergestellt, in der Spiel-Engine. Weil, also theoretisch gibt es diese Funktionalität, aber die ist deaktiviert, weil sie noch kein Lebenserhaltungssystem haben, das uns die Räume dann wieder mit atembarer Luft auffüllt. Und als das Room-System eingeführt wurde, war es in vielen Schiffen so, dass ihr wirklich die Türfe aufgemacht habt und ihr hattet drinnen keinen Sauerstoff mehr. Und das haben sie halt gemerkt, okay, das ist blöd, weil es keine Möglichkeit gibt, dann wieder das Schiff unter Druck zu setzen. Machen wir quasi das als geschlossenes System. Das bedeutet, sie müssen jetzt als nächstes, und das ist auch das Ziel, an Live-Support arbeiten, an Lebenserhaltungssystemen, die das dann wieder auffüllen. Steckt nochmal viel Arbeit dahinter und viel Kleinteiligkeit und wie man die Systeme dann macht. Mozart, vielen Dank für dein Abo und guten Abend. Guten Abend. Also steckt nochmal viel Kleinteiligkeit dahinter, wie sie das dann letztendlich machen. Aber das ist erstmal das Wichtigste. Und dann kann das Room-System auch wirklich aktiviert werden. Dann kann theoretisch auch, dann fehlt halt das Breaching-System und dann kann man dann wirklich Szenarien erschaffen, wo ein Raum dekompressiert wird. Sie überlegen noch, wie sie es dann eventuell machen, dass man einen Raum wieder verschließen kann, durch automatische Druck-Shots, die sich dann schließen, wenn zum Beispiel ein Turm abgeschossen wird, dass sich dann irgendwie was schließt, damit das Schiff vielleicht dekompressiert, aber man die Möglichkeit hat, da wieder was zu schließen. Ich finde, das könnte eine sehr interessante Spielmechanik werden, wenn man zum Beispiel, oh, unsere Energie ist ausgefallen, so können wir die Schleusen nicht schließen, oder wir müssen sie irgendwie manuell schließen, um dann wieder Sauerstoff in das Schiff zu bringen. So, das gibt dem Ganzen so eine Interkonnektivität, die ich sehr spannend finde und ich hoffe sehr, dass wir das irgendwann dann sehen werden im Spiel. Hoffentlich nicht allzu fern. Wie gesagt, das Room-System, sehr, sehr lange schon drin, funktioniert eigentlich, wird aber nicht wirklich gameplayrelevant aktuell, was ja schade ist. Aber das ist eines der Systeme, die schon so, so lange drin sind, dass man, glaube ich, manchmal vergisst, dass sie eigentlich ihr komplettes Potenzial noch nicht ausschöpfen aktuell. Dann ging es um Scanning und Radar. Ja, also letztendlich wurde erstmal alles nochmal erklärt, wie es aktuell läuft und es wird auch in Zukunft ähnlich laufen, aber halt besser mit einem überarbeitenden System, mit einem besseren UI, mit Filtereinstellungen und generell auch mit mehr Hintergrundsignaturen. Aktuell ist es ja so, unsere Schiffe geben Signaturen ab, die Radarsysteme von anderen Schiffen fangen die auf, IR, IM und auch Cross-Section sozusagen, aber man kann nicht wirklich viel damit rumspielen, außer halt vielleicht, das ist das Selfigste, was man machen kann, seine Signaturen so weit runterzufahren wie möglich. Später wird es aber so sein, dass zum Beispiel Nebel oder andere Schiffe diese Signatur, die eigene Signatur zum Teil verschleiern können. Und hier haben sie ein schönes Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn man neben einer Idris fliegt mit einem sehr, sehr kleinen Schiff, dann kann es sein, dass andere Schiffe das eigene Schiff gar nicht erfassen können, weil die Signatur der Idris so groß ist, dass da gar nicht, ja, wirklich eine Unterscheidung gemacht werden kann und das eigene Schiff quasi einfach untergeht. Dasselbe kann auch in Nebeln passieren, zumindest, dass da die Reichweite vielleicht von Sensoren ein wenig eingeschränkt wird. Und ich denke mal, das wird dann sowas wie, wenn mal Nagelung dran ist, dann kommt wenigstens das Cross-Section-Signal durch und dann kann man trotzdem die Schiffe auseinanderhalten. Also das ist dann nicht so, dass man direkt vor dem Schiff steht und das nicht mehr unterscheiden kann. Das ist aber meine Spekulation. Ich glaube einfach, so wird es sein, so funktioniert Cross-Section, aber ich kann mich auch irren, beziehungsweise vielleicht, ja, können die Schiffssysteme das einfach besser unterscheiden, je näher man dann dran ist. Gibt aber die Möglichkeit, seine Stärke zu verbergen. Wenn man da ja mit einer Idris fliegt, kann man ein paar Jäger drumrum haben als Eskorte, wenn die nah dran fliegen, fällt das vielleicht nicht auf. Und auf einmal gibt es einen Moment, wo eine Piratenflotte eingreift, vielleicht eine Kraken, denkt, ja, unsere Jäger brauchen wir vielleicht nicht starten, weil die Idris ist allein. Blöder Gedanke, blödes Beispiel, ich weiß, aber lasst mich mal damit durchkommen, okay. Und dann auf einmal sind die ganzen Jäger von der Idris drumherum, schwärmen aus und greifen die Kraken an, die sich überhaupt nicht auf einen Jägerangriff vorbereitet hat, weil die es nicht gesehen hat, sozusagen auf ihren Scannern. Die Ping-Mechanik, die wird auch ähnlich bleiben, dass man halt dann Ping aussendet, um gewisse Daten zurückzusammeln. Dann wird es zukünftig, und das ist diese, also das Tech-Team gibt dann den Content-Teams die Möglichkeit, oder will den Content-Teams die Möglichkeit geben, wirklich unterschiedliche Scanner zu machen, zu ermöglichen. Scanner, die besonders gut Mining-Sachen finden, die besonders gut Schiffe finden, sowas in die Richtung, damit man sich da ein bisschen spezialisieren kann und auch einen Upgrade-Path hat. Einen Upgrade-Pfad, ja. So, dass man Scanner auch wirklich upgraden kann. Je nachdem, wie man sie braucht, oder einfach nur, dass sie generell besser sind. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache noch mal. Fand ich einfach, ich finde, Scanning ist wirklich eine unheimlich wichtige Mechanik-Instagramme. Ich glaube, das seht ihr genauso. Und deswegen ist es schön, wenn wir da mehr elaborierte Mechaniken bekommen und Filtersysteme. Und was mir noch sehr lieb wäre, wäre ein Speichersystem. Also, dass man, wenn man etwas wirklich aktiv scannt, man steht davor, man scannt es aktiv, dass man das in so eine Art Logbuch eingetragen bekommt, man im Logbuch die alten Einträge durchgehen kann, vielleicht auch da noch mal filtern kann nach, ah, wann hatte ich denn Schiffe, welche Schiffe habe ich denn zuletzt gescannt. Und dass man die dann sogar bookmarken kann, weil ewig langsam muss der Speicher jetzt auch nicht werden. Das kann ja dann gerne auch von den Schiffen unabhängig sein, äh, abhängig sein, wie viel Speicherkapazität so ein Schiff hat und dass man dann auch sich Sachen bookmarken kann, um die sich quasi dauerhaft abzuspeichern. So ein System ist mir spontan eingefallen, fände ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool, damit man wirklich zurückgehen kann und sagen, ah, warte, vor 10 Minuten haben wir doch dieses Schiff hier entdeckt. Ähm, ist das jetzt vielleicht das, was wir da vor uns sehen, nur in zerstörter Form oder so? Äh, weil da sind dieselben Frachtstücke ungefähr mit drin, ähm, irgendwie sowas. Das fände ich einfach eine schöne Sache, aber dazu im Speziellen haben sie nichts gesagt. Das ist nur mein kleines, ähm, Gedankenspiel dazu. Dann, in, äh, Ship in Ship Spawning, oder besser gesagt auch Vehikel einfach in Ship Spawning, in Ship Spawning, nennen wir es einfach in Ship Spawning, da gab es tatsächlich letztes Jahr einen Prototypen für, der dann tatsächlich in Docking gemündet hat. Also, der Prototyp an sich ist nichts geworden, wie wir ja vielleicht mitgekriegt haben, also es ist nichts ins Spiel gekommen, was, äh, mit In Ship Spawning zu tun hat, aber die Arbeit, die sie da mit den Prototypen gemacht haben, ist dann direkt in das Docking-System, was demnächst kommt, geflossen und irgendwann kommt In Ship Spawning, wenn sie da ein System haben, das irgendwie Sinn ergibt. Auch da, natürlich, mir ist auch sofort wieder, mir sind direkt, äh, ein paar Ansätze eingefallen, wie man das denn machen könnte, aber ich hab keinen Einblick da rein, wie sie tatsächlich ihren Code gestalten, wie ihre Tools aussehen und deswegen will ich mir da gar nicht anmaßen, irgendwie eine bessere Idee zu haben, als ein, also als sie. Äh, das sind wirklich mit die, die, also, meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, sind die vom, die, die Leute, die im Vehicle-Tag-Team sitzen, mit die Leute, die am meisten wirklich, ja, fertig kriegen, die auf jeden Fall kompetent wirken immer und wo, wo man wirklich auch immer, wie auch jetzt, viele gute Informationen und eine Zukunftsvision raushören kann, aus so einem, äh, Star Citizen Live. Deswegen fand ich das sehr schön, dass wir das hier bekommen haben. Nicht um, ne, keine Sorge, ich diskreditiere jetzt nicht hier die anderen aus, von CIG, ähm, aber bei denen weiß ich auf jeden Fall, vor allen Dingen hier, zum Beispiel, Mark Abbott, Sean Tracy, die haben meistens einen Plan und geben auch oft wirklich realistische Einschätzungen wieder. Ähm, na, schon Tracy nicht immer, aber, aber inzwischen doch schon sehr, sehr oft. Also, äh, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu Star Citizen, äh, Inside Star Citizen und in Inside Star Citizen ging es erstmal primär um Höhlen. Schaut euch das an, einfach, ist natürlich alles unten verlinkt. Schaut es euch einfach an, wenn ihr die Höhleneingänge sehen wollt. Besonders spannend fand ich zum Beispiel, äh, den Höhleneingang, wo man mit einem Ursa-Rover reinfahren kann. Ähm, natürlich die Sink-Holes, also die Löcher, in die man mit Schiffen reinschweben kann. Das finde ich die besonders spannenden, äh, schönen Sachen. Aber, wirklich viel neue Information gab es dazu jetzt nicht. Höhleneingänge kommen halt, sie können sie inzwischen machen. Äh, wunderschön. Wunderschön. Ich hoffe auch sehr, dass es hier solche Missionen geben wird, wo man wirklich irgendwelche Feinde in den Höhlen angreift, die sich da verschanzt haben. Ähm, dazu speziell sagen sie aber nichts. Also, sie haben nur dieses, äh, eine Bild hiervon gezeigt. Und dann ging es um Mining und da wird es nochmal besonders interessant, denn hier ging es um Mining, äh, Sub-Components, die ersten Sub-Components, die wir jetzt quasi bekommen. Und ich finde das System, was sie da haben. Wirklich schön, ich hab's schon mal erzählt, es gibt sozusagen Module. Jetzt hier im Insights of Citizen sieht man es immer mal wieder. Die heißen Modules. Ob das nur ein Platzhalternamen ist oder ob die wirklich so heißen, weiß ich gerade nicht, aber es sieht so aus, als ob das schon relativ final wäre. Ähm, wie man dann in die, äh, Sub-Item-Slots reinpasst. Da, wo ihr auch eure Usables reinpackt. Das bedeutet, ihr könnt euch dann entscheiden, möchte ich ein Usable auf meinen Mining Laser packen oder möchte ich, äh, und zwei Sub-Components oder nur Usables oder nur Sub-Components. Da könnt ihr mixen, wie ihr wollt. Ähm, grundlegend kann man sagen, Sub-Components bieten nicht so viel Kraft oder nicht so viel steiger, gut steigernde Werte, wie jetzt zum Beispiel Consumables. Einfach, weil die Consumables, die braucht man auf. Eine Sub-Component-Karte kauft man einmal. Ja, das ist Balancing-technisch also so vorgesehen. Es wird allerdings auch sehr, sehr teure Sub-Components geben, die dann näher rankommen an ein Consumable. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie teuer, also hier, sagen sie, oh ja, das wird so teuer, da muss man Arm und Bein für verkaufen. Aber, ich glaube, ja, wer aktuell in Star Citizen spielt und, also wie so aktiv am, Geld verdienen ist in Star Citizen, für den wird das kein großes Problem sein, kein großer Aufwand. Und es wird ja vermutlich die Produktivität im Mining-Gewerbe dann auch massiv steigern nochmal, wenn man sich nicht andauert, die Consumables neu kaufen muss. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Sache, die immer wieder Geld kostet, das ist ja auch einfach eine unheimlich nervige Sache. Zumindest finde ich das, die immer wieder zu kaufen, nachzukaufen. Man kann sich natürlich viel auf einmal kaufen, dann muss man sie aber trotzdem wieder ausrüsten, dann muss man kurz das Schiff dispawnen, muss die Consumables ausüsten. Ja, manchmal geht es auch ohne, dass man das Schiff dispawnt, aber, ja, es ist halt, es ist jetzt nicht optimal. Bei Subcomponents würde ich mir ganz ehrlich wünschen, dass die mit in der Nachlademechanik drin wären, dass man einfach die ausrüstet und dann jedes Mal eine Gebühr dafür bezahlt, wenn man sein Schiff wieder auflandet und quasi reparieren und ausrüsten und auftanken lässt. Das wäre nicht eine gute Sache. Und man die nicht immer wieder, weil dann gibt es den Subcomponent nicht mehr auf der Station, die man gerade aufgesucht hat, muss man wieder ganz woanders hinfliegen, um endlich sein Optimum wieder zu kriegen. Also Optimum ist auch ein Consumable da an der Stelle. Aber wie gesagt, ich finde Subcomponents wirklich cool. Ich finde es cool, dass die außen wirklich physikalisch an den Lasern dran sind. Ich habe mich gefragt, wo packen sie die hin? Sie packen sie direkt an die Laser. Das finde ich eine gute Lösung, finde ich eine coole Lösung. Das ist auch eine Lösung, wo man, ja, wirklich Wartungsarbeiten im späteren Spiel vielleicht irgendwann mal dran vornehmen kann, weil, ja, wenn man die Laser warten muss, die Laserköpfe, kann man dann auch gleich die Subcomponents warten. und das ist schön. Und ein erfahrener Miner wird dann vielleicht auf den ersten Blick schon bei einer fremden Prospector sehen können, ah, du meinst also Diamanten vor allen Dingen, deswegen hast du die und die Sachen da ausgerüstet. Das fände ich sehr cool, wenn das so irgendwann in diese Richtung gehen würde, dass man da auch wirklich für die spezielle Aufgabe und auch für das eigene Skill-Level angepasst, die Sachen sich auswählt. Ähm, also, ich hoffe, ja, übrigens auch Name, der hier gefallen ist, Passive Components, so wurden die auch teilweise genannt. Ich wollte es nur nochmal mit einem einpflegen hier in das Video, damit, falls ihr mal in die, in den Begriff hört, dass ihr da weißt, okay, damit sind diese Module beziehungsweise Subcomponents von Mining-Sachen gemeint. Ähm, und hier ein ganz tolles Beispiel noch, ganz zum Schluss, eventuell wird es irgendwann auch deployable Devices geben, das bedeutet, man geht dann aus der Prospector raus, bringt irgendwelche Sachen an dem Asteroiden an, die dann beispielsweise zum Beispiel den, ähm, beispielsweise zum Beispiel, die dann beispielsweise den Widerstand des Asteroiden, ähm, schwächen. Was ich eine coole Sache finde, es gibt einen Grund, um mal ins IBA zu gehen, um auch mal wieder die Größenverhältnisse von Stacidisten richtig wahrzunehmen, und was ich interessant fand, ist, dass das Beispiel dafür halt war, ja, aber man muss aufpassen, denn man weiß ja nicht, ob da ein Pirat kommt, der das Schiff zerstört, nicht so. Warum sollte ein Pirat das Schiff zerstören, wo eventuell schon wertvolle Sachen drin sind, anstatt einfach den Typen hier abzuknallen und sich dann die Sachen aus der Prospector, entweder die Sachen aus der Prospector zu nehmen oder halt die Prospector zu klauen. Und ich so, hä? Aber dann ist mir angefangen, ja gut, im aktuellen Spiel geht das nicht, man könnte nichts verkaufen aus der Prospector, man könnte nur sagen, ey, wir schießen dich jetzt auch noch ab, wenn du, wenn du mir jetzt keine 10.000 Alpha-Ups überweist, weil ich mir auch da denke, dann killt er sich halt schnell und spaut wieder woanders. Also, für das aktuelle Spiel nicht unbedingt ein gut gewähltes Beispiel, andererseits wird es wohl auch, denke ich mal, noch dauern, bis es diese Gadgets geben wird, diese Mining-Gadgets, auf die ich aber sehr gesprungen habe, und vielleicht ist da, ist da eine Piraterie schon ein wenig anders unterwegs oder hat vielleicht mehr Möglichkeiten. Das wäre natürlich zu wünschen. Hier im Hintergrund übrigens eine Raumstation. Also, der Pirat ist auch nicht besonders weit geflogen von seinem Spawnpunkt aus, beziehungsweise er hier auch nicht, äh, vermutlich. Fand ich, fand ich nur ganz, fand ich nur ganz, äh, ganz lustig. Ich hoffe, euch hat das jetzt hier gefallen. Bei uns geht es jetzt weiter mit Empire at War, Star Wars Empire at War, falls ihr euch dafür interessiert im Generellen oder für andere Spiele noch, die ich zocke, kommt gerne auf meinen Star Citizen Gaming Channel, ist auch gleich in der Endcard verlinkt. Lasst dem Video gerne ein Like da, mir ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.